Warum konnte Lord Voldemort Elbis Dumbledore im Atrium des Ministeriums damals nicht töten? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über das schicksalhafte Duell zwischen Lord Voldemort und Elbis Dumbledore im Atrium des Ministeriums. Dieses epische Duell fand im Orden des Phönix statt und bleibt wohl das beeindruckendste auf der Leinwand, das wir bisher erlebt haben. Es war eine Auseinandersetzung von enormem Ausmaß, ein Kräftemessen zwischen Gut und Böse, Licht und Dunkelheit, das sämtliche früheren Duelle, die Harry mit Voldemort hatte, in den Schatten stellte. Eine bemerkenswerte Tatsache ist jedoch, dass die Darstellung dieses Duells im Buch und im Film erhebliche Unterschiede aufweist. Bevor wir starten, guckt doch gerne mal in der Videobeschreibung beim ersten Link vorbei. Dort findet ihr eine kleine Umfrage, die ich erstellt habe, um noch bessere Videos für euch produzieren zu können. Wenn ihr die kurz ausfüllt, würde mir das sehr doll weiterhelfen, da mir das ein klein mehr Einblick in euch und eure Wünsche geben würde. Vielen Dank euch. Ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt mit dem Video starten. Die Verfilmung hat definitiv einige Freiheiten im Vergleich zum Buch genommen und blieb nicht treu an die ursprüngliche Vorstellung, die das Buch für uns skizzierte. Stattdessen wurden die Dinge durcheinandergeworfen, um den filmischen und dramatischen Effekt ein wenig zu intensivieren. Allerdings führte dies auch dazu, dass die Charaktere in einem ganz anderen Licht erschienen, als wir es erwartet hatten. Es war ehrlich gesagt ziemlich widersprüchlich zu dem, was wir ursprünglich in den Büchern gelesen hatten. Wenn du nur den Film gesehen hast, magst du dich vielleicht fragen, warum konnte Voldemort Dumbledore nicht sofort töten? Im Buch entsteht das Gefecht natürlich, als ein hilfloser Harry in Lebensgefahr schwebt und von Dumbledore, der gerade noch rechtzeitig eintrifft, gerettet wird. Ich habe dir nichts mehr zu sagen, Potter, sagte Voldemort leise. Du hast mich zu oft und zu lange verärgert. Avada Kedavra. Harry hatte nicht einmal den Mund geöffnet, um sich zu wehren. Sein Geist war leer. Sein Zauberstab zeigte nutzlos auf den Boden. Aber die kopflose goldene Statue des Zauberers im Brunnen war zum Leben erwacht. Sie sprang von ihrem Sockel und landete mit einem Krachen auf dem Boden zwischen Harry und Voldemort. Der Zauberspruch prallte nur an der Brust ab, als die Statue ihre Arme ausbreitete, um Harry zu schützen. Was? rief Voldemort und blickte sich um. Und dann hauchte er. Dumbledore. Voldemort hob seinen Zauberstab und ein weiterer grüner Lichtstrahl schoss auf Dumbledore zu, der sich umdrehte und mit einem Wirbel seines Umhangs verschwunden war. In der nächsten Sekunde war er hinter Voldemort wieder aufgetaucht und schwenkte seinen Zauberstab in Richtung der Überreste des Brunns. Die anderen Statuen erwachten ebenfalls zum Leben. Die Hexenstatue stürmte auf Bellatrix zu. Die kopflose Statue drängte Harry zurück, fernab vom Kampf, während Dumbledore auf Voldemort zusteuerte und der goldene Zentaur um die beiden herumgaloppierte. Im Film wurde dieser Abschnitt jedoch völlig weggelassen. Dumbledore erscheint einfach durch das Flohnetzwerk und nähert sich Voldemort. Dann sagte er zu Voldemort, es war töricht, heute Nacht hierher zu kommen, Tom. Die Auroren sind bereits auf dem Weg. Bis dahin werde ich verschwunden sein und du wirst tot sein, antwortete Voldemort. Und diese Dialoge stimmen tatsächlich vom Buch bis zum Film überein. Es sind auch Sätze, die den Beginn ihres Duells markieren. Beide Männer sind zuversichtlich, dass sie derjenige sein werden, der den anderen besiegt. Aber jetzt zurück zum Buch. Dumbledore schnippte mit seinem eigenen Zauberstab. Die Kraft des Zaubers, der von ihm ausging, war so stark, dass Harry, obwohl er von einem goldenen Schutzschild abgeschirmt war, spürte, wie ihm die Haare zu Berge standen, als der Zauber vorüberging. Und dieses Mal war Voldemort dazu gezwungen, einen silberglänzenden Schild aus dem Nichts zu beschwören, um ihn abzulenken. Der Zauber, was auch immer es war, hinterließ keinen sichtbaren Schaden am Schild. Aber ein tiefer, Gong-ähnlicher Ton heilte von ihm wieder. Ein seltsam, abschreckender Klang. Du willst mich nicht töten, Dumbledore? Rief Voldemort. Seine scharlachroten Augen verengten sich über die Spitze des Schildes. Stehst du etwa über solcher Brutalität? Wir wissen beide, dass es andere Wege gibt, einen Menschen zu vernichten, Tom, sagte Dumbledore ruhig und ging weiter auf Voldemort zu, als hätte er keine Angst auf der Welt, als wäre nichts geschehen, was seinen Gang durch die Halle unterbrochen hätte. Dein Leben zu beenden wäre für mich nicht befriedigend, das gebe ich zu. Es gibt nichts Schlimmeres als den Tod, Dumbledore, knurrte Voldemort. In der Tat ist deine Unfähigkeit zu begreifen, dass es Dinge gibt, die viel schlimmer sind als der Tod, schon immer deine größte Schwäche gewesen. Im Film hingegen beginnen Dumbledore und Voldemort sofort einen magischen Machtkampf. Mit einem Schnipsen ihrer Zauberstäbe prallte Dumbledores roter Lichtstrahl mitten in der Luft auf Voldemorts grünen Strahl und die beiden setzen sich durch, während Funken flogen und der Raum begann zusammenzubrechen. Sie waren nicht in der Lage, die schiere magische Kraft, die erzeugt wurde, zu stoppen. Die beiden scheinen sich völlig ebenbürtig zu sein. Es wird nicht viel im Film gesprochen, anders als im Buch und ich denke, dass dies ein besonders wichtiger Teil ist, den sie ausgelassen haben. Denn durch ihre Diskussion wird deutlich, wie mächtig Dumbledore wirklich ist. Während ihres Duells zeigt Dumbledore in den Büchern ständig seine klare Haltung gegenüber allem, was vor sich geht. Hier steht er Kopf an Kopf mit einem der dunkelsten und mächtigsten Zauberer aller Zeiten, aber er bleibt ruhig. In der obigen Passage gibt es einige Zeilen, die suggerieren, dass Dumbledore nicht im Entferntesten besorgt ist, zu verlieren. Während er auf Voldemort zugeht, wird immer wieder betont, dass er ruhig ist und keine Angst in der Welt hat. Dumbledores Verhalten gegenüber Voldemort während ihres Duells wurde sogar so beschrieben, als ob sie die Gelegenheit bei einem Drink besprechen würden. Ich denke, einer der möglichen Gründe, warum die Filme dies ausgelassen haben, liegt darin, dass einseitige Kämpfe einfach nicht besonders unterhaltsam sind. Dumbledore ist, zumindest in den Büchern, mit Abstand der mächtigste Zauberer aller Zeiten. Er war nicht nur magisch begabt, sondern besaß auch noch den Elderstab während des Duells. Wenn wir uns ausschließlich an die Bücher halten, war Voldemort also völlig unterlegen. Allerdings wäre das auf der Leinwand nicht so fesselnd gewesen und Voldemort in einem echten, verletzlichen Zustand zu zeigen, nimmt seinem Charakter irgendwie auch die Wirkung weg. Er soll diese dunkle Präsenz sein, der dunkle Herrscher, eine furchteinflößende Figur, von der niemand sicher ist. Aber das funktioniert nicht, wenn eine der Hauptfiguren an der Seite des Protagonisten auf ihn zugeht, als ob er ein Picknick machen würde. Also in dieser Szene kann ich irgendwie auch nachvollziehen, warum sie diesen Teil des Textes weggelassen haben. Wie auch immer, bin ich mir nicht sicher, ob sie den Dialog nicht ganz hätten streichen sollen, was sie jedoch getan haben. Aber zurück zum Buch. Ein weiterer grüner Lichtstrahl flog hinter dem silbernen Schild hervor. Diesmal war es der einarmige Zentaur, der vor Dumbledore hervorgaloppierte. Er bekam die Explosion ab und zerbrach in 100 Stücke. Aber noch bevor die Bruchstücke auf dem Boden aufschlugen, hatte Dumbledore seinen Zauberstipp zurückgezogen und schwang ihn wie eine Peitsche. Eine lange, dünne Flamme flog aus der Spitze und wickelte sich um Voldemort, samt seinem Schild. Einen Moment lang schien es, als hätte Dumbledore das Duell gewonnen. Doch dann verwandelte sich das feurige Seil in eine Schlange, die ihren Griff um Voldemort sofort aufgab und sich wütend zischend zu Dumbledore umdrehte. Auch hier gab es einen großen Unterschied zu dem, was wir im Film gesehen haben. Zunächst einmal wurde in der Filmversion des Duells keine Statue manipuliert, nicht in irgendeiner Form. Als nächstes scheint Dumbledore nie eine Art feurige Peitsche wie ein Zauber auf Voldemort anzuwenden. Der einzige Teil, der mit dem Film übereinstimmt, ist die feurige Schlange, die Dumbledore angreift. Und das war Voldemorts Werk. Pass auf, schrie Harry. Aber noch während er schrie, flog ein weiterer Strahl grünen Lichts auf Dumbledore zu. Aus Voldemorts Zauberstab und die Schlange schlug zu. Fox stürzte sich vor Dumbledore in die Tiefe, öffnete seinen Schnabel weit und verschluckte den Strahl. Er ging in Flammen auf und fiel auf den Boden, klein, faltig und flugunfähig. Im selben Augenblick schwang Dumbledore seinen Zauberstab in einer langen, fließenden Bewegung. Die Schlange, die gerade noch ihre Zähne in ihn versenkt hatte, flog hoch in die Luft und löste sich in einer dunklen Rauchwolke auf. Das Wasser im Teich stieg auf und bedeckte Voldemort wie ein Kokon aus geschmolzenem Glas. Dieser Teil ist besonders interessant, denn es zeigt Dumbledore in einem etwas versetzlichen Zustand, was darauf hindeutet, dass er zu Beginn des Duells vielleicht zu zuversichtlich war. In der Verfilmung benötigt Dumbledore zu keinem Zeitpunkt Fox eingreifen, um ihn vor einem von Voldemorts Angriffen zu retten. Aber der Text zeigt uns, dass Dumbledore ohne Fox entweder von Avada Kedavra oder von dem feurigen Schlangenzauber getroffen wäre, da beide gleichzeitig auf ihn gerichtet waren. Dies halte ich für besonders wichtig, da es sogar darauf hindeuten könnte, dass Dumbledore der Verlierer des Duells war. Fox hat einen Zauber abgewährt, der ihn getroffen hätte. Und wenn Dumbledore Fox nicht wirklich gebraucht hätte, deutet das wirklich darauf hin, dass er vielleicht der Verlierer war. Es ist merkwürdig, dass die Verfilmung dies ausgelassen hat. Aber nochmal, ich glaube, man hat Voldemort und Dumbledore absichtlich ziemlich gleichberechtigt und gleich stark dargestellt. Nach diesem Vorfall ist das Ende des Duells sowohl im Buch als auch im Film ziemlich offensichtlich. Kommen wir nochmal zum Buch. Einige Sekunden lang war Voldemort nur als dunkle, wogende, gesichtslose Gestalt sichtbar. Schimmernd und undeutlich auf dem Sockel. Offensichtlich darum kämpfend, sich von der erstickenden Masse zu befreien. Dann war er verschwunden und das Wasser fiel mit einem Krachen zurück in sein Becken, schwappte wild über die Seiten und durchnässte den polierten Boden. Im Film hingegen, nachdem Dumbledore sich erfolgreich gegen die Glassplitter verteidigt hat, die von Voldemort auf ihn geschleudert werden, verschwindet Voldemort einfach und ergreift Besitz von Harry. Wie wir sehen können, unterscheidet sich dieses Duell massiv zwischen Buch und Film und ich denke, dass sich die wichtigsten Unterschiede wie folgt zusammenfassen lassen. Die Dialoge sind folgendermaßen. In der Verfilmung des Duells fehlt es deutlich an Dialogen, wodurch dem Zuschauer das Gefühl der Zuversicht genommen wird, das Dumbledore beim Eintritt in das Duell definitiv hatte. Avada Kedavra und die Statuen. In den Büchern blockiert Dumbledores Voldemort ständig Angriffe mit dem Todesfluch mit Hilfe von Statuen. In der Verfilmung hingegen scheint Dumbledore Voldemorts Todesfluch mit seinem eigenen roten Strahl abzuwehren, was im Widerspruch zu allem steht, was wir über den Zauberspruch wissen. Der Todesfluch gilt als unblockbar und Harry kann ihn nur aufgrund besonderer Umstände mit Expelliarmus abwehren. Die Tatsache, dass Dumbledore einfach jede beliebige Magie einsetzt, um ihn abzuwehren, ergibt nicht wirklich viel Sinn. Dumbledore wird gerettet. Wie oben erwähnt, wird Dumbledore im Buch am Ende von Fox gerettet. Im Film wird dieser Rettungsakt völlig ausgelassen, was interessant ist, da dies darauf hinweisen könnte, dass Dumbledore tatsächlich der Verlierer des Duells war. Es lässt Raum für Spekulationen, ob Dumbledore tatsächlich Fox Hilfe benötigte oder nicht. Dumbledores Auftreten. Im Film wird Dumbledore als etwas schwach, gebrechlich und alt dargestellt, als er zum Duell antritt. Diese Darstellung steht im starken Kontrast zu den Dialogen im Buch, die klar zeigen, dass Dumbledore sehr stark und selbstbewusst war. Warum also konnte Voldemort Dumbledore nicht töten? Die Wahrheit ist, dass Dumbledore unabhängig davon, ob man sich an das Buch oder den Film hält, immer noch viel zu mächtig war, um ein leichtes Ziel für Voldemort zu sein. Hätte Voldemort jedoch zu diesem Zeitpunkt den Elderstab besessen, wäre die Situation vielleicht etwas anders gewesen. Und das war's mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn du mir aushelfen möchtest, fülle gerne die Umfrage offen und ehrlich aus, dauert auch nicht lange. Der Link dazu ist unter dem Video. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.